Ich hab meine beste Waffe eingepackt. Alter, camp mal bitte erste Runde, weil... Ich kann mir richtig vorstellen wie die schon spielen. Bis 1.30 in der Base. Was hast du dabei? Das ist 16. Boxraum close. Oh, die kommt B, das wird full B. 71 und 73, sieht der dir nix? Ne. Onspot und Judeneck. Oho. Alter, hier hält ja wirklich jeder die linke Waffe. Hint euch, hint euch, hint euch, hint euch. Ihr habt ja alle die M14. Wir drücken alle Links-Klick durchgedrückt ey. In der Base. Gut, weg Fabi. Letzter minus 27. 20. Oh my God. Oh my God. Das ist wohl eine Panane. Allein lass B pieken, ok? Ja ok, ich krieg mit. Dann trappen die jetzt. Die ist eine Autoreibe. Oh, ich rieche den 5K schon, riecht ihr den auch? Guter 5K. Nein, einer, ne? Kriegt der denn noch A? Otto, sitzt da nicht so dumm rum. Push. Push. Dicker! Guck mal, Tony macht's richtig. Der sprüht einfach durch. Wer spielt denn da mit dem 16? Das ist ein Tolo-Guy. Wo ist der? Ich glaub, er geht's. Nice knife, Tony. Die sieht doch mega geil aus. Ja, alles durch Free-Trades hier. Otto, du wirst nie was erreichen. Nie. Ja, ich kippe nie was durch Free-Trades, ey. Ey, N02, rede nicht. Zum Beispiel nicht meine Desert Eagle Divine Dragon oder mein Night Ultimate Gold. B ist frei, B frei, B frei. Hä, ich seh keinen ohne Scheiße. Argo, Argo. Du musst gleich den Bildschirm einschalten. Ja, das ist gut. Aber noch einer könnte ja bitte sein, noch. Mann, ich fass euch die nächste ist totes, ey. Oh, nice. Bombi hier. Ist noch mehr A lang. Hinter der Kiste, glaub ich. Hinter der Kiste. Wallbang wurde eigentlich echt zerregelt. Einfach rein da. Einfach durch. Jetzt kann der mehr auf B. So egal. Beide Brücke. Ah, links auch noch einer. Einer Brücke, einer A-House. Brücke noch, Brücke, Brücke. Brücke mit Sniper. Oh, die Leiche war am Weg. Die Brücke? Unsere Brücke. Oh, du hast das gesehen? Ne. Ey, Eljen. Rechts, Philipp, rechts. Da, ja. Komm, ich buß dich, Eljen. Kommt da. Ist er eigentlich bei Link, Philipp? Ich hätte eine 6er Pele. Ha? Er ist durch die Wall hier. Move out. Guck mal, die PGG losstehen wie da unten, ey. Scheiß PGG. Das brennt mich so auf, dass die alle bunte Namen haben, ey. Warum sind eigentlich 5 Leute liegen? A lang sind Smokes, a lang sind Smokes. Das ist keine Probleme. Ja, lass mal A einen buffen. Äh, schmeiß ich die so. Oh, ich versuch schon wieder Nates. Wo ist dein Handy? Ich hab kein Gefühl, ich bin blind. Ne, neben mir? Die pushen durch. Moin. Oh, drei. Noch mehr, noch mehr. Einer durch. Otto, rechts, links. Ja, da. Nein, minus 15. Und Hater, minus 12. Ne. Witzel. Wall Bank. Nice. Gute Alter, im Rechts. Ich hab mir nur ohne, das geht um die Basale. Hehehe. Hehehe. Okay, let's do this. Hier fehlen noch zwei Drolls für ein 8er CW. Ja. Mal. Was für die Drolls? Alte Schuhle. Frag mal N4n. Oh, es wird B. Okay. Da ist nichts. Noch drei. Noch vier. Ja, alle Box 2. Legger, was? Ich kassiere. LOL. 4K. Gut. Fabi, du bist so schlecht. Warum machst du auch kein 5K? Wir haben 16, schieße dich nach oben. Wir haben wieder die Leute B, ne? Ich glaub, es wird wieder B. Hier. Ja, es wird A. Ja, es wird A. Einer A-Truf in der Welt, meiner A-Truf. Zwei Wels, einer A-Truf. Ah, das hat man nicht kassiert. Oh, das krieg ich. Ach so. Jetzt kriegt wieder keiner B. Brauch mal Waffen. Schieben und hacken. Kommt aber auch keiner mehr. Ich glaub, es muss noch mal was. Das ist ja vielleicht. Nein. Halt, du Scheiße. Für das A? Nein, 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 nein. Nein. Deren Brücke. 2.000 GP und ich kann mir dir MP5 leisten. Nice. Otto, wie ist das Feeling? Jetzt fehlen auch Coolzett und Stevie. Oh, A-Lang, gucken wir mal. Einer A-Lang. Muss noch ein zweiter sein, sonst könnte ich auch nicht verschieben. Verschieb, verschieb. Stopp, die Faken, die gehen zurück. Guckt mal Mitte, dass die nicht da einen Bridge verschieben. Wer würde so dumm On-Spot smoken? Ja, die Gegner. B drauf! Ja, die Blenden. Wie immer. Sitzen hinten bei den Kisten. Lenkt die mal schön ab. Boah, Philipp hat einen richtig guten Spot. Philipp, geht da hoch. Geht da hoch, geht da hoch. Mach doch doppelt da hoch. Noch einer, Boxen, noch einer, Boxen draußen. Hol sie alle jetzt. Scheiß Waffe. Du, Drex, mach mal jetzt ein bisschen an, Mann. Dann bin ich doch ein geholt. Ich hab einen One-Set kassiert, Mann. Oh mein Gott, das wird weg, glaube ich. Oh Gott, ich hab Lower-P. Da waren auf jeden Fall noch mindestens zwei. Ja, Drex, Ottl, hat Angst, fünf, ey. Net 90s, Schulz da. Ehhh. Hörts. Leck mal ein Haus, ist los. Ey, ich bin so fucking bad. Kommt die A? A Haus, Minus 68. Nein, nein, nein. Der hat nur Lower-P. Der steht da immer. B, Nate. Was? Ball drauf. Da ist Otto. Das Ottl hat auch mal was geholt. Äh, die sind vor B. Die wird schon rum. Oh Gott, kommt einer. Ja. Frei B. Auf. Vielleicht kommen die noch über Base. Der hinten im Eck wieder. Der hinten im Eck. Der hinten in der Ecke wieder. Da kommt noch einer. Ein On-Spot. Mann, mit dem Sender trägt Spanger-Waffe, ey. Oh nein, Toloka, oh nein, oh nein. Der letzte ist im Eck, hinten rechts. Ist da. 78, gute Waffe. Guck mal, Toni, wir haben beide 14. Wir stehen beide oben. Guck mal, die scheiß PGG-Lappen stehen unten, ey. Ja, nur weil ich mir keine gute Waffe leisten kann. Aber bald hab ich die MP5. GZ. Obwohl, ich könnte mir jetzt auch schon eine Mini-UC holen. Ja, hol den Mini. Was? Was? Einer push, Mitte, Mitte kommt gepusht. 2, 1, Refen B, Refen B. Ja, B-Long kommt. Philipp, B-Long kommt. Philipp! 2 von B, ne? Ah, ist schade, Toni. Rechts kommt, rechts. Ah! Diese dumme Dreck-Waffe, halt. Wir haben einfach die Top-Cree. Ich kann euch irgendwie nicht hören, irgendwie. Toni, du arsches Mannes. Willst du den da unten oben sehen? Nein! Ah, scheiße. Ich geb sie in die Base rein. Einer gegen Wölsch Richtung A. Ja, jetzt Kalle schluckt die Nades. Ja. Ich bin der Tanker. Wölfchen. Boah, du Tank, ey. Warte noch drauf. Wahrscheinlich, ich krieg mit 51. Achtung, ich mach Fleshy. Ängste in der mit Fleshy bin ich. Ich will Full Smoke, ey. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, Mannes. Oha, Junge, 19, 4 hast du. Platz. Levelaufstieg. Ah. Boah, warte ich danach. Ach du, weißt du, du regst mich ungefähr so auf. Du kannst doch CS spielen, wenn du willst. Weil du es jetzt gefixt hast, dein Typing. Da bin ich grad dabei. Wir spielen gleich einen schönen Sinder-TW. Ja. Oder wir holen noch N4-Enf aus dem Ruhestand. Darum dass er war 8. M4-Enf? Er hat auch die M4-Gold. Wie Otto. Ja. Ja, genau so wie nicht spielen wie Otto. Was? Was? Jetzt mach ich nochmal durch Mitte, okay? Ich bin dran. Okay, ich überlasse dir das jetzt. Also selbe Taktik wie vorhin. Jeder rennt irgendwo hin und drückt alles um. Ja, ja. Ich werde unkoordiniert bitte. Nächstes Mal müssen wir noch zu hoch sind in 1. Jeder übernimmt 1. Ich fang Mitte durch. Move. Wir haben locker jetzt alle low HP. Alle tot. Wir sollten alle low sein. Zack, weil eigentlich. Mitte ist einer. Mitte, aber. Oh, top ist einer. Oh, ach so. Ja. Ja. Eins. Die verschieben von ihrer Brücke. Link. Link. Einander nur 3. Für push. Also. Ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich glaube ich muss ja eine Flash-Belle holen. Hä? Wir haben mal verstanden. Flabi ist richtig drin in seinem Element. Er hat rich. Na rich. Ich bin nicht getroffen. Base. Oh, 44. Ich hab keine Wunding mehr. Oh, das ist ja 1-Tap. Ja. 1-Tap. Ich hab's wieder C4 ey. Diesmal mit der M16. Verstrick ich mal was. Alter, warum muss die M16 eigentlich so schlecht sein? Alter, ich hab's gut im Raid. Beste Taktik. Alarm Pus. Überrasch. Zene, du in der momentan. Drei Leute. Set 6, Otto. Den, rechst in Action. Schnickern. Noch eine. Noch eine, noch eine, noch eine. Hammer. Hab ihn. Easy. Dennis. Wahrscheinlich, Fabian. Du machst nur Wallkills, ne? Ich weiss. Der empfiehlt es nicht. Ich glaube, der hat Wall Tag. Ich weiss es nicht genau. Fabian mit der Bastard? Der hat connector, connector. Da klingelt die Kasse wieder. Oh ja, da klingelt sie. 4000 xp. Könnte ich mir doch.